Willkommen mit der Pensegola auf der Rezac im Siebergefecht. Das geht ganz gut. Ich habe eine Kiew hier bei mir. Okay, die fährt. Gut. Ich werde mich dann mal hinter die Insel verknispern. Ich werde versuchen, der Kiew hier zu helfen. Die Kamikaze kommt auch hierher. Dann gucken wir mal. Ja, ihr wisst ja. Oh, sorry. Mikrofon ein bisschen weg. Sorry. Diese Woche haben wir ja Gewinnspiel. Gewinnspielwoche ist sozusagen. Gucken wir mal. Schade. Gucken wir mal. Das müsste treffen. Das müsste treffen. Ja. Videos. Also. Hier wird man. Oh, oh, oh. Die müssen noch da sein. Die müssen noch da sein. Lade nach. Komm. Komm. Aber jetzt ist er weg. Hat noch alle abgesetzt. Oh, Kiew weg. Übel. Ja, wie gesagt. es ist gewinnspiel woche es kommen insgesamt zwei videos mit jeweils irgendwann diese woche ein code für einmal für den für die für die multibox für die android multibox und zweite ist dann für die den kopfhörer und was wollen das noch ja jedenfalls ja wie gesagt in ich werde die codes hier im game einblenden ich werde jetzt dieses video auf jeden fall als video bringen egal ob es jetzt ob ich jetzt hier ablos oder egal was kommt würde ich jetzt dieses video auf jeden fall bringen und ihr könnt euch darauf einstellen dass es hier im video also im chat dass ich hier im chat die videos einblenden die codes einblenden werde dass auch die das ganze auf android angucken auf handys angucken oder tablets dass ihr das auch sehen könnt na wieder nichts getroffen oh drei drei treffer na komm 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 jetzt setzen wir noch mal einen schuss darauf ab und dann kämen wir uns um die nikolas wollte ich gerade sagen das sind viele verloren hier und dann Uh-huh. So, müssen wir erstmal abdrehen hier. Oh. 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 Ja, ich leide eben es davor. Oh. 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 Okay. Wo kommt die her? Okay. So, auf jeden Fall haben wir... Auf jeden Fall haben wir schon mal... Ja. Gut. Ei, 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 ei. Oh, ich habe ihn. Ja, klar. Nach hinten. Naja, war ja klar. Ja. 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 Ja, das ist... Ja, wie gesagt. Also, ich werde das Video auf jeden Fall hochladen. Egal, wie es ausgeht. Unsere... Die haben sich alle wieder... Alle wieder hier hinten verschönst. ... Ja. Ja. wollten die nicht die jahre gefrisst jetzt kommen wir mal ob wir da knapp daneben ist auch vorbei na der fährt weg schlecht geschossen sehr schlecht geschossen ja aber sieht so aus als ob wir es dann doch gewinnen sollten noch das sieht schon mal nicht so schlecht aus ok ja wenn das jetzt knacken knackt das schiff dann könnte es sein schlecht schießen der ja wohl gut gut naja nicht viel gemacht ich konnte nicht viel machen ja auch auf letzten platz na dann in diesem sinne danke fürs zugucken bis zum nächsten mal ciao 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 ciao